hallo und herzlich willkommen meine damen und herren da draußen bei eurer tollen horror action für diesen abend ja ja heute mit sato wieder am controller am gamepad joystick doch nicht ja leider nur am digipad aber bloß am controller ich werde das schon schaukeln das kindchen ja so prägt ihr wir haben uns eine packung frischer buchsen gekauft das sowieso weil die werden wir denke ich mal heute brauchen denn wir sollten ja bald auf dem auf den ersten endgegner treffen oder wahrscheinlich auf dem dach höchst wahrscheinlich kann man nicht vorstellen dass wir aus dieser schule ohne endgegner kampf rauskommen außerdem so aus wie wir es gerade wunderschön sehen ist ja irgendwas noch auf dem schulhof da war dieses zeichen richtig illuminaten zeichen sage ich jetzt mal und da steht ja fett fragezeichen genau da gibt es irgendwas umsonst oder so vermutlich ja gut dann haben wir jetzt hier auf jeden fall erst mal ja haben wir letztes mal noch irgendwas besonderes gemacht ich glaube wir haben halt wir haben die das teleportations klo gefunden genau das teleportations klo aber weiter sind wir jetzt nicht durch die räume gegangen wir haben halt alle räume wie man sieht abgecheckt ja und halt gesucht und gefunden sachen tonikas und ähnliches na dann müssen wir weiter erkunden denke ich jetzt mal und gucken dass wir hier irgendwie diese tür öffnen ja ich will das gerade mal gucken was so 50 was also haben ja 95 kugeln ist gar nicht mal so schlecht das ist schrotpatron 95 davon ja ich habe mich halt gerade ein bisschen gewundert so ein verwandtskasten ein gummiball ein rosa gummiball schön die kinder ihn haben um mit hunden zu spielen auch wenn damit mit hunden spielen müssen ach das wird doch wieder so eine rätsel geschichte sein wahrscheinlich so hast du die karte jetzt übrigens eingeprägt nee dann prägt ihm die mal bitte ganz kurz ein wir sollten uns einfach mal darauf festlegen wo wir jetzt lang gehen ich würde sagen ich würde jetzt erst mal durch die infirmary zurück in die rezeption oder halt gucken ob die tür da offen ist an siehst du welche türen die pfeile die markieren ja die türen die wir schon einmal durchschritten richtig die eine tür da haben wir ja noch nicht durchschritten damit ich ja gucken ob es da durchgeht genau da waren wir mit dem teleportations klo beschäftigt richtig und das dann möchte ich noch gucken ob das jungen klo auch ein teleportations klo ist und dann möchte ich halt noch die ich glaube da waren wir sogar drinnen wir waren in beiden toiletten drin waren wir ja offensichtlich nicht ich glaube auf der oberen etage in beiden toiletten ja aber in die toilette kannst du glaube ich nicht rein weil es die teleportationstoilette ist gucke hier da waren wir auf beiden und die mädchen die teleportationstoilette ok 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 na dann gehen wir mal da lang oder dann haben wir das komplette untere stockwerk willst du eigentlich erst in keller gehen oder in das zweite stockwerk zuerst das ist eine berechtigte frage wir sehen ja was überhaupt das mal funktioniert also mal gucken ob hier das hier funktioniert das sieht gut ist verschlossen du musst wohl durchs bild also naja nicht mehr bild sondern jetzt die tür mittlerweile mittlerweile tür ja diese tolle tür immer noch ein geschmackslos bild so und das ist die toilette das ist die jungen ja ich kann ja nur vorwärts laufen so irgendwas auf der erde das in der hand das ist komisch aus b ist das eklig da liegt eine schruttflitte w das zeige in der städte ach ich will nicht zurück geht zurück geht zurück einfach rückwärtsgang einfach rückwärtsgang der hängt da nur der kann ja gar nicht mehr weißt du stell mal vorher würde da nicht aber einfach nur so als schuckeffekt weißt du ja ja klar so du weißt das hoffentlich da auf die toilette würde ich einfach nicht gehen weißt du ja ich bin ich nur auf die karte äh wenn du die tür da äh glaube ich benutzt dann könnte man vielleicht wieder die aufsperren weißt du das könnte hier wieder so eine von einer seite ähm verschlossene geschichte sein der stand verschlossene ach alles klar ja ja jetzt kannst du da auch wieder zurück du musst nicht mehr durch diesen Raum mit dem bild also wo wir doch so gerne durchgehen dann gibt es auch bloß eine tür das wurde jetzt hoffentlich auch vermerkt auf der karte ja ja klar die karte ist sehr hilfreich das muss man sagen das heißt wir müssen jetzt über die ähm über die klassenzimmer die räume wechseln und da ist auch irgendetwas böses ach kacke da auf der erde ist ein komisches kleines vieh ich sehe nichts und ein anderes vieh und tschuss 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 kacke ich hab auch seit dem y gedrückt also dreieck spring spring ich glaube so kommen wir nicht weiter schçuss jetzt neu allí und jetzt jetzt drauf treten aber hart und der erscheint gar nicht mehr zu legen so ja das hätten wir geschafft also wir haben munition wir könnten jetzt ich bin für nach wir könnten im prinzip durch die nächste tür da oben die frage ist jetzt ein angriff halten wir noch ab oder ja ein griff geht ein angriff geht noch also so dann gucke ich mal ob es ja man könnte halt da vorne durch die tür damit sie markiert ist als durchgang ja das ist könnte man halt mal machen dann hören wir uns nicht mehr ist auf jeden fall nichts verwerfliches und dann müssen wir ja dann müssen wir da oben durch hier scheint ja nichts zu sein nö auf jeden fall macht das radio nichts also da liegt aber munition munition als ob wir nicht schon genug hätten naja man kann ja nie genug haben wollte ich gerade sagen beschwer dich nicht über munition telefone mal gucken ob wir angerufen werden das ist doch hier so das ist doch wohl logisch oder das ist sowas wohl logisch dass wir da angerufen werden so call me maybe was macht der tungerung entschuldigung ich glaube es ist wenn ich das gesagt habe ja ich gucke mal ob man hier noch irgendwas ich glaube du kommst doch nicht durch herry traut sich nicht über den stuhl würde ich aber auch nicht machen darüber gehen der ist doch ekelig der stuhl das ist alles es ist so versifft hier wir können uns theoretisch ist quasi wie in der richtigen schule wir können uns natürlich jetzt so lustig darüber aufregen was hier für eine schulatmosphäre herrscht und dass die lehrer mal ein bisschen was machen sollten und dass die kinder ganz schön aggressiv sind ich glaube das ist gewalt warum hast du eigentlich recht natürlich habe ich recht ich hasse dich oder deine vermutung nennen dass du recht dass das bestimmt seine tochter dran wetten du hast das skript für das spiel geschrieben oder und du warst vier alter stimme wo ist sie naja im telefon tolles kranke fantasien als du ein kind warst als ich das spiel programmiert habe ne war doch irgendwie klar oder ich weiß nicht dass das kind da dran ist weniger als dass es klingelt ich hätte eher so ein schweres atmen alter komm ein raum mit telefon ja muss klingeln ich hätte aber sonst sind so anrufen weiß ich nicht ein schweres atmen wäre halt gruselig gewesen naja gut naja naja karte abschicken gut da kommen wir nicht durch die können also im prinzip nur nach oben ja könnten wir aber das mit dem anruf sagt uns ja das ist sherry wo nicht so gut geht gerade wo sie ist vielleicht ist das natürlich auch nur ein lockernruf gewesen kann natürlich auch sein wir können jetzt überlegen ob wir zurück gehen und weiter runter ich würde sagen wir gehen einfach an den zweiten stopp wenn wir schon mal hier sind oder willst du jetzt noch mega mäßig laufen oh man kann doch durch sah eben ein bisschen so aus als ob man da nicht durch könnte aber war jetzt so ein bisschen optische Täuschung so ach ja also entweder gehen wir direkt hoch ich gucke einfach mal ja da ist irgendwo noch ein kleines Vieh naja wir haben das Stockwerk müssen wir erst abgrasen oder ja auf jeden fall weil da ist irgendwo noch ein kleines Tier das hat man eben schon gehört wie der richtet sich nochmal die Kamera aus ich weiß es nicht keine ahnung mehr wie die Steuerung war so aber da ist noch nichts zu sehen da ist ein Tonicum ja das ist schon mal gut ich sehe nichts ich sehe kein Vieh hier ach das ist auf der anderen Seite auf der anderen Seite ja bei der Toilette alles klar gut dann schnapp dir das Zunikum würde ich sagen bevor hier noch irgendwas kommt ich hab dich erst mal fetten Munition verbraten ne ja naja im Moment ist es nicht so schlimm äh wo geht's hier durch? da kommst du in einen anderen Gang also ich würde erst durch die kleinen Tüge gehen stimmt halt da den Klaas rum was ist das eigentlich für eine hässliche Lache ich glaub das sind diese kleinen Klopse ich nenne sie jetzt mal Klopse genau die das ist ein kleiner Klopse also viel geht nicht mehr eigentlich geht noch viel ich weiß ja gerade ich esse ein verdammtes Tonicum ja klar aber ich dachte dass wir jetzt immer in Rot werden kacke reichte ich hab außerdem die Lampe ausgemacht wahrscheinlich naja ja super schnell weg schrotflinte nehmen wir einfach die schrotflinte und dann ich nehme doch jetzt hier nicht die schrotflinte ja mal für die drei die kriegst du vielleicht mit einem Schuss weg ja vielleicht hat er die Lampe auch du hast die auch ich gib ne gibt ne Schnelltaste für die Lampe naja so ist das also da komm dreh dich Harry enttäusch uns nicht du bist doch ausgebildeter Familienvater du kannst das naja naja na los komm Harry das ist echt knapp entgegen das waren alle oder? ja das war das hat uns mächtig Leben gekostet äh ja nimm was sollen wir groß machen diese Reload Geschichte bringt irgendwie überhaupt nichts hab ich irgendwie das Gefühl mach doch von alleine meine ich ach nachladen nachladen richtig naja aber es verbraucht ein bisschen Zeit hab ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl gehabt es ist mir noch nie richtig aufgefallen wie er die wir Magazin weg rät weißt ok hab ich jetzt auch nicht drauf achte zu sagen ja könntest halt da unten weiter mhm vielleicht sollten wir jetzt einfach da oben hinhängen da sind doch schon so Ketten da so vielleicht kommt später noch Cheryl dazu und dann naja hängen wir nach hinten ja ja dann hat sich die Sache erledigt mit Zeit wir bleiben einfach da so also wir gehen jetzt in einen anderen Klassenraum ja 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 und im Prinzip ja machen wir es einfach ne hier scheint ja nicht da gibt es wieder so komische was das doch immer ist sieht aus wie ein kaputtes Regal ja die Musik ja da kann einer Klavier spielen denn liegt irgendetwas wichtiges sieht aus wie eine Munition oder? weiß ich nicht das ist ein Medikid also wenn das ein Medikid wäre nein das ist ein Schrotraum mehrere Schrotraum ich hoffe wir können irgendwie 900 oder so nehmen weil so langsam weißt du? man braucht Zeit ne? naja du könntest da durchgehen also ich weiß ich hab das überlegt dahinter sind auf jeden Fall Monster wenn wir da durch sind dann können wir aber auch in den nächsten Gang einfach mal wir können ja mal gucken ob ich es da einfach schaffe durch zu rennen ja eigentlich müssten wir sonst dann nichts mehr machen dann lassen wir die eine Tür da oben haben um die Kennzeichen einfach durch los 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 Harry 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 ah hier sind trotzdem Viecher drin ja sie sollen ja nicht so schlimm sein wir kommen ja mal nach vorne der Kleine nein nein er kümmert sich auch bei uns er hat keine Wegfindung yeah keine funktionierende Harry dreht bitte ah und auf einmal doch wahrscheinlich hatte ich die PS1 damals nicht geschafft dass einer von den Ballen angreifen kann ja da war ein zweiter wahrscheinlich hast du den zuerst anvisiert ja aber wir sind immer noch gut ja sieht eigentlich ganz gut aus kann ja gar nicht so schlecht sein hm schick wir haben ja eh bloß zwei Türen hier wo ist hier hin das eine war übrigens auch der Klavierraum ich glaub der Ford die vordere Tür da war der Klavierraum in der anderen Welt hier geht's gar nicht rein doch guck mal da hinten ist doch eine Tür ich so blind ja bist du da hinten links hätte ich auch einfach reingehen können und mit dem naja immerhin wissen wir es jetzt das ist eine tolle Tür die geht nicht auf irgendwo muss ja auch der Raum mit der Katze sein also wo damals die Katze war wo ich ich glaub mal diese Spindgeschichte kommt äh die ich noch irgendwie in Ahnung hab gar keine falsche Taste hier gibt's Rockmap ja das ist das hier der Locker Room ja gut dann sind wir mal gespannt auf